Hi, ich bin Nadine. Und ich bin Sevi. Und zusammen sind wir die Köpfe hinter Kräuterkraft. Genau so hat es angefangen, als wir im April diesen Jahres mit unserer Crowdfunding-Kampagne versucht haben, so viele Menschen wie möglich von unserer Idee und Vision zu begeistern. Doch der Weg zur Fertigstellung unseres Smoothies war mit vielen Herausforderungen verbunden. Angefangen von der zwei Monate verzögerten Minzernte auf unterschiedlichen Wetterverhältnisse. Doch letztlich haben wir es geschafft, die Erstproduktion der Smoothies abzuschließen. In der vergangenen Woche konnten wir die Smoothies endlich in Empfang nehmen. Und seitdem heißt es Päckchen packen für unsere großartigen Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne. Doch nach der Erstproduktion ist bekanntlich vor der Zweitproduktion. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Erstproduktion möchten wir unsere Produktionskette nochmals überarbeiten. Und genau hierfür brauchen wir deine Mithilfe. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns Feedback zukommen lassen lässt, wie dir denn deine Smoothies schmecken. So können wir auf deine Wünsche eingehen und die Kraftmomente schmecken in Zukunft noch besser. Mit unserer Vision der Smoothies wollen wir möglichst vielen Menschen einen gesünderen und kraftvolleren Lifestyle ermöglichen. Deshalb lass uns doch gerne an deinem Kraftmoment teilhaben. Wir sagen Danke. Danke. Danke für deine Unterstützung. Learnings hatten wir in den letzten Wochen und Monaten viele. Aber eines ist ganz besonders wichtig. Trotz zahlreicher Up- und Downs, voran geht es immer, wenn du nur fest dran glaubst.